Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir. Ich habe hier das PS4 Spiel NFS, also Need for Speed Heat. Freigegeben ist das Ganze ab 12. Dann werde ich das Ganze jetzt mal unboxen. Ja, die Blu-ray Spieltiske ist ganz schlicht gehalten. Das haben wir hier. EA Access und NFS Heat Studio. Und ein Flyer für nur Hinweise. Auch keine Anleitung mehr heutzutage. Ja, das war das kleine Unboxing zu Need for Speed Heat für die PS4. Ich bin damit raus, sage danke, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.